Hallo meine Lieben zur Kino im Wohnzimmer, ich bin der Olaf und berichte heute wieder von meiner Baustelle, von meinem Bau meines eigenen Heimkinos. Wer bis jetzt die ersten Teile verpasst hat, guckt mal in die Playlist, wir haben hier unten in der Videobeschreibung die Playlist verlinkt, da könnt ihr mal reinschauen und euch den Beginn anschauen. Ja, aber was ist alles passiert in den letzten zwei Wochen? Naja, am meisten habe ich gefreut, dass endlich meine Leinwand da ist. Die konnte ich natürlich einbauen, dann ging es gleich vorne an der Vorderwand endlich weiter. Ich habe an der Maskierung rum experimentiert, werdet ihr sehen, ganz spannend, hat nicht beim ersten Mal funktioniert. Ja, alle Lautsprecher sind jetzt an ihrem Platz, wie ihr seht, der ganze Raum ist mittlerweile schwarz geworden, der Bodenbelag ist schon drin und ich habe die Subwoofer gebaut, seht mal hinter mir, da seht ihr sie schon. Die Wandelemente habe ich weitergebaut, das geht auch voran. Naja, und so noch so ein paar Kleinigkeiten. Das alles wollen wir uns heute anschauen, gleich geht's los. Die Frage der Woche noch, sie kommt heute von Heiner Schmitz. Hi, ich überlege mir einen Epson zu kaufen und würde den gerne in der Ecke des Wohnzimmers aufstellen. 3,40 Deckenhöhe, 4 Meter Abstand zur Wand, gegenüber. Nun habe ich mich gefragt, ob man das Gerät auch in einem Kasten bauen kann, den ich gegen die Wand klappen kann. Stört es das Gerät, wenn es länger auf der Seite steht? Einfach beantwortet, nein, solange das Gerät aus ist, stört das Gerät das nicht. Das könnte man auch wochenlang, monatelang auf der Seite lagern. Wenn das Gerät an ist, wäre das tatsächlich bei manchen Geräten ein Problem, weil die dann Lüfterprobleme kriegen. Also die ganze Lüftung da drin ist ja dafür konzipiert, dass so ein Gerät steht und nicht so steht. Das ist auch oft ein kleines Problem, wenn man zum Beispiel um Ecken, also mit so einem Eckspiegel projizieren will und den Beamer hochkant stellt. Das kann nicht jeder Projektor, da sollte man vorher mal nachfragen. In die Raumecke, da musst du natürlich gucken, also selbst bei einem Epson sollte das Bild seitlich, wenn man den seitlichen Lensshift benutzt, nicht aus der Bildfläche an sich rauskommen. Und Bedingung wäre dann tatsächlich, dass es auch auf der Mitte des Bildes steht, in dieser Höhe. Das sollte man gucken, also vorher den Lensshift checken, in einem Kasten, wegklappen, wenn man ihn nicht braucht, gar kein Problem. Kann man machen, finde ich auch eigentlich eine ganz coole Lösung. Zurück in meinem kleinen Keller-Bastelparadies. Was konnte ich denn die letzten zwei Wochen alles so erledigen? Ja, Nummer eins, die Leinwand kam. Die konnten wir einbauen. Es handelt sich hier um eine VNX Atlantis Akustik-In-Sealing-Leinwand. Ja, die habe ich da, soweit es geht, in die Decke eingebaut. Ganz passte sie natürlich nicht rein, war ja auch alles so geplant. Und ja, dann kam der nächste Schritt, die vordere Maskierung. Und zwar, die obere Maskierung ist tatsächlich etwas kompliziert. Und naja, ich zeige euch gleich mal, wie ich daran rumexperimentiert habe. Ich habe sowas tatsächlich noch nie gebaut. Es ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ich kann keine Rolle installieren. Ich habe den Platz nicht dafür. Ich musste also mit einem Metallprofil arbeiten. Und dieses Metallprofil musste auch noch ein Gelenk haben, um zu klappen, weil es nicht hoch genug fahren konnte. Naja, schaut hier mal kurz rein. Hier habe ich damit angefangen. Und guckt mal, ob es was geworden ist. Wir haben Sonntagmorgen. Und ich erzähle euch mal, was ich heute vorhabe. Hinter mir seht ihr die Wand, wo später das Bild drauf projiziert werden soll. Gestern Abend habe ich mit meinem Kollegen, dem Ronny, die Leinwand eingebaut. Das ist eine In-Sealing-Leinwand, also eine Deckeneinbau-Leinwand. Die habe ich deshalb gewählt, weil sie sehr flach aufbaut. Das heißt, sie braucht ungefähr nur 13,5 cm Höhe. Und es ist eine Frontvoll-Variante. Das heißt, die fährt vorne raus, wir haben hinten ein bisschen Platz. Platz ist ja hier das riesengroße Problem. Das heißt, Projektionsabstand ist ein Problem. Die Raumhöhe, es ist alles sehr knapp, aber ich will alles ausreizen, so gut es geht. Die Leinwand hat ein schwarzes Gehäuse. Das ist tatsächlich nachher zum Glück so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Jetzt zu meiner Idee. Meine Idee ist, ich möchte später eine Rahmenleinwand hier haben. Das heißt, es soll komplett eingerahmt sein. Es soll sogar eine Bevel-Wall sein. Das heißt, die Lautsprecher sind versenkt in einer Wand. Die ganze Wand wird Dämmstoff gefüllt. Allerdings nicht so wahnsinnig tief, wie ich es gerne hätte. Wir werden ungefähr auf 15 cm kommen. Mehr ist leider nicht drin, aus genannten Gründen. Die Leinwand hängt jetzt hier schon. Die ist schon ausgerichtet, eingebaut, etwas in diese Dämmstoffdecke eingelassen. Und ihr seht, das Fenster ist jetzt noch da. Ich zeige euch mal, wie das später ungefähr aussehen wird. Die Leinwand fährt hier aus. Und das Ganze hier wird verkleidet. Das heißt, die Leinwand wird hinter einer Verkleidung später runterfahren. Wenn das fertig ist, soll das aussehen wie eine integrierte Rahmenleinwand. Wobei man keinen Rahmen in dem Sinne sehen wird. Ich denke, das solltet ihr sehen. Man kann hier durchgucken. Diese Leinwand ist akustisch transparent. Aber natürlich auch etwas optisch transparent. Deswegen könnt ihr jetzt das Fenster dahinter wahrscheinlich durch die Kamera auch sehen. Ich sehe es jedenfalls. Alles, was hinter der Leinwand ist, wird mit Dämmstoff eingepackt. Und wird auch mit schwarzem Stoff verkleidet. Und hier, wo das Fenster ist. Ich fahre es wieder hoch. Wird es zwei große Türen geben. Die werden so dick sein. Auch voll Dämmstoff. Und die kann man aufklappen, um das Fenster zu öffnen. Und die Leinwand fährt hinter der Verkleidung weg. Könntet ihr soweit folgen? Ja, so ungefähr mir nachempfinden, was ich hier vorhabe. So ungefähr soll es werden. Lautsprecher werden natürlich hinter versteckt. Das wird nämlich heute mein Plan. Lautsprecher anbauen. Die Lautsprecher an den Seiten anbauen. Ausrichten. Das richtig Komplizierte kommt aber noch. Das habe ich tatsächlich noch nicht mal annähernd so gebaut. Oder ich habe es auch noch nirgendwo gesehen. Also im Prinzip eine Bevelwall, wo die Leinwand hinter runterfährt. Und ich möchte eine Maskierung haben. Am liebsten hätte ich die Maskierung so gehabt wie bei uns im Kino Avalon. Da habe ich ja diese, ich nenne sie Tunnelmaskierung gebaut. Das heißt, es sind große Klappen, die so funktionieren und so und so öffnen. Und man schaut immer wie in so einen schwarzen Tunnel rein. Ich finde diesen Eindruck einfach genial. Gefällt mir viel besser als diese ganz einfache Maskierung. Die ja auch viele bauen und die es fertig gibt. Das gefällt mir aber alles nicht. So hätte ich es gern gehabt. Das geht hier aber so leider nicht. Aus folgendem Grund. Hier ist nämlich die Tür. Wenn ich jetzt hier eine Tunnelmaskierung bauen würde, dann würde die ungefähr so funktionieren. Das wäre so eine Klappe. Geht nicht, weil hier die Tür ist. Also muss ich wieder was Neues erfinden. Und das habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals funktionieren wird. Aber ich lasse immer mal die Kamera mitlaufen und lasse euch immer so teilhaben an meinen Experimenten. Vielleicht funktioniert es auch noch nicht beim ersten Mal, aber so schnell gebe ich nicht auf. Aluminiumprofile. Ganz leichte, hohle Aluminiumprofile. Was das genau ist, erzähle ich euch noch später. Ich brauche eine Maskierung oben 20 cm, unten 20 cm. Besser 21 cm. Dann habe ich noch ein bisschen Reserve. Meine Idee. Zwei dieser Aluminiumprofile über die ganze Länge. Die bekommen hier ein Gelenk. Können sich hier knicken. Und dann sollen die... Ich fahre mal die Leinwand ein bisschen runter, dann kann man das besser sehen. So soll es maskieren. Das wird natürlich schwarz, nachher auch mit Adamantium bekleidet. Und das soll so maskieren und dann soll es hier knicken und hier oben in die Decke einfahren. So soll die Maskierung später funktionieren. Und wenn das oben funktioniert, dann wird es auch unten funktionieren, dann baue ich das unten auch. Wie ich das technisch umsetze, habe ich zwar eine Idee, aber ob das wirklich so funktionieren wird, naja. Bleibt mal gespannt und ich nehme euch einfach mit und versuche heute, heute ist mein Experimentiertag, das ist halt Sonntag und ich schaue mal, wie weit ich heute komme. Der Sonntag ist um und schaut, was ich geschafft habe. Nicht so viel. Und tatsächlich, es funktioniert leider nicht. Theoretisch ja, so wie ich es mir gedacht habe, hätte es funktionieren müssen. Funktioniert aber nicht. Es bewegt sich zwar schon, es fährt auch schon gerade hoch und runter, das geht schon. Aber dadurch, dass diese Profile sich oben quer stellen, hängen sie in der Mitte durch. Und da sie durchhängen, geht a das Fenster nicht auf und b wäre die Maskierung oben leicht rund. Ja, war ein Versuch. Aber viele sagen, klappen nicht beim ersten Mal. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch keine professionelle Lösung, wie man sie jeden Tag irgendwo baut. Das ist ein bisschen Bastelei, was ich hier mache. Und ich experimentiere einfach mal rum mit Sachen, die möglicherweise gehen und in dem Fall so nicht funktioniert haben. Ich bin nicht komplett unzufrieden. Es bewegt sich schon so ein bisschen und macht doch schon so fast, was es soll. Aber noch nicht ganz. Das heißt, ich werde nochmal von vorne anfangen. Ich werde die ganze Mechanik seitlich nochmal abbauen. Ich werde das alles etwas nach oben versetzen und ich muss es schaffen, dass diese Profile nicht so stark kippen beim Um-die-Ecke-Fahren. Das heißt, sie müssen etwas senkrechter stehen und dann hängen sie auch nicht mehr so durch. Gut, das wird heute nichts mehr. Ich mache heute Feierabend und demnächst geht es weiter. So, noch einen halben Tag Bastelei. Aber jetzt habe ich es. Ich zeige euch mein erstes Ergebnis. Leinwand fährt runter. Das funktioniert schon ganz sauber. Und dann kommt die Maskierung. Schaut mal. Funktioniert auch. Kippt auch nicht mehr ab. So, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Ganze wird natürlich später auch mit Adamantium bezogen. Hier vorne wird es noch eine Verkleidung geben, sodass sie komplett hinterfährt. Aber ich bin erstmal sehr zufrieden. Meine neue Mechanik, die ich jetzt wirklich komplett nochmal von vorne angefangen habe, sie funktioniert. Später wird es das gleiche natürlich auf dem Boden geben. Aber auf dem Boden ist relativ einfach zu bauen. Die fährt auch nur gerade hoch. Da muss ich nicht um Kurven fahren und so. Das wird viel einfacher. Aber Grundstück ist gelegt. Das heißt, ich habe jetzt erstmal alle groben Arbeiten hier erledigt. Das hat ja am Ende dann doch noch geklappt. Die untere Maskierung kommt etwas später. Die ist nicht so eilig, weil die ist auch nicht sehr schwierig. Die wird natürlich einfacher, weil sie einfach gerade hochfahren kann. Aber ich habe an der Vorderwand weitergebaut. Wir haben natürlich jetzt schon vorne die ganzen Lautsprecher. Die konnte ich jetzt natürlich endlich installieren. Schaut euch das mal an, wie das aussieht, wenn die Leinwand runterfährt. Das funktioniert schon mittlerweile sehr, sehr gut. Die obere Maskierung läuft auch schon sehr, sehr gut. Sie muss natürlich am Ende noch schön verkleidet werden. Alles vorne wird ja mit schwarzem Adamantium bezogen, sodass man im Prinzip nachher gar nichts mehr sieht. Aber man kann die Leinwand wegfahren. Man kann dann da vorne zwei Türen aufmachen und hat das Fenster wieder sichtbar. Und hier unten ist natürlich auch noch die Klappe, wo die Heizung drin ist und so. Falls man da mal ran muss, muss ich natürlich auch eine Möglichkeit schaffen, um das zu öffnen. Aber an der Vorderwand geht es weiter. Jetzt waren erstmal die ganz groben Arbeiten erledigt. Also die ganze große Bohrerei und Sägerei und Schleiferei hier im Raum. Haben wir erstmal einen Haken dran gemacht. Und deswegen konnte ich jetzt mit den Feinarbeiten weiterarbeiten. Als nächstes war die Arbeit dran, die ich eigentlich nicht so gerne mache. Also eigentlich gar nicht gerne mache. Und zwar streichen. Das ist so gar nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Muss gemacht werden, deswegen mache ich es natürlich auch. Und ich will es natürlich auch sehr ordentlich haben, deswegen nehme ich mir auch ein bisschen Zeit dazu. Und sind auch zwei Anstriche drauf. Ich habe eine sehr gute Farbe von der Firma Brillux genommen. Weil mit diesen preiswerten Baumarktfarben habe ich überhaupt keine guten Erfahrungen. Entweder sind sie nicht richtig matt. Oder sie sind nicht richtig schwarz. Oder sie decken nicht. Man muss viermal rüber streichen. Oder es ist nachher streifig. Was auch immer. Aber wir sind wieder mal mit dem Budget. Also nur diese eine Eimer Farbe hat 200 Euro gekostet. Aber das ist Topfarbe. Und die ist so ergiebig, dass ich tatsächlich noch einen zweiten Raum damit streichen könnte. Aber gute Farbe ist auch verdammt wichtig. Mir war auch wichtig, dass sie so super matt ist. Dass es nachher keine Glanzeffekte oder so gibt. Gerade im vorderen Bereich. Okay, also Farbe. Ja, der Raum ist schwarz geworden. Das bringt uns gleich natürlich zu den Nachteilen, wenn wir jetzt schon streichen. Was heißt jetzt schon? Ich habe es ja hinausgezögert. Hatte ich schon mal erwähnt. Ich wollte halt nicht am Anfang schwarz streichen. Es wird langsam in dem Raum schwieriger zu arbeiten. Weil man sieht immer weniger. Ich muss unheimlich viel Licht aufbauen, um überhaupt hier noch so ein bisschen Helligkeit reinzubekommen. Ah, guter Hinweis. Licht. Ich habe eine super Lampe gefunden. Beim Warenhaus mit dem großen A. Schaut mal. Eine LED-Lampe. Die steht auf dem Stativ. Und macht 180 Grad Beleuchtung. Nicht wie diese Bauscheinwerfer, die man in irgendwelchen Ecken stellt, die man nur in eine Richtung leuchten. Die kann man wirklich auf dem Stativ nach oben fahren. Und die ist super hell. Da darf man gar nicht reingucken. Die tut schon richtig weh in den Augen. Braucht man aber absolut, wenn man so einen schwarzen Raum baut, dann braucht man unheimlich viel Licht. Die kommt natürlich direkt mit auf unsere Baustellen. Da werden sich die Jungs freuen. Und ich denke, ich werde davon noch eine zweite kaufen. Die ist wirklich super, diese Lampe. Wer sich dafür interessiert, ich schreibe sie euch mal in die Videobeschreibung. Da könnt ihr sie natürlich finden. Okay, ich bin abgewichen. Also, ich habe alles schwarz gestrichen. Ah, da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Seht ihr hinter mir den Beamer-Kasten? Und seht ihr, was da unten dran hängt? Ja, das musst du da ran. Weil der Nachteil, wenn man alles in der gleichen Farbe streicht und beim Bauen ist und nach unten guckt, ich bin nach voller Kanne gegen gerannt. Ich habe mir hier, da hängt so ein Büschel Haare am Beamer-Kasten dran. Ich habe mir hier so eine Schmarre in den Kopf gemacht. Ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ja, auch ein Nachteil von schwarz gestrichenen Räumen. Deswegen habe ich jetzt für die Bauarbeiten, habe ich die Ecke da gepolstert, dass mir das nicht nochmal passiert. Naja, mir tut es jetzt noch weh, wenn ich daran denke. Das kommt natürlich später wieder ab. Später kann da auch nichts mehr passieren. Darunter steht ja die Couch. Das heißt, man kann gar nicht mehr da hinlaufen später. Da müsste man ja auf die Couch raufsteigen. Ja, das waren die unannehmen Erfahrungen. Nachdem nun alles schön schwarz gepinselt war, konnte endlich mein toller Teppich rein. Ich habe es ja schon mal ganz kurz erwähnt. Beim Teppich habe ich mein Budget überschritten. Ach, aber der Teppich war so toll. Die Auslegware, die ist so dick. Die ist total kuschelig. Sie ist richtig schön schwarz, wenn man sie natürlich in eine Richtung kämmt. Das ist ja so bei so langen Florienteppichen. Aber ich mag diesen Teppich einfach. Und da ich euch gesagt habe, ich rede auch über Geld, 87 Euro der Quadratmeter. Ja, der war fürchterlich teuer. Aber naja, das wird sowieso alles noch ein bisschen teurer, als ich dachte. Und der Teppich musste einfach sein. Er war einfach super cool. Und nun habe ich ihn. So, die Farbe ist jetzt über Nacht getrocknet. Und heute geht es an die sauberen Arbeiten. Die großen Schmutzarbeiten sind erledigt. Als nächstes kommt der Teppich. Das wird heute meine Aufgabe. Ich bin alleine. Und das erste großes Problem ist, diese vier Meter lange Teppichrolle in den Keller zu bekommen. Der Keller hat ziemlich enge Gänge. Und die Kellertreppe runter schaffe ich irgendwie nicht alleine. Und deswegen versuche ich sie jetzt durchs Kellerfenster zu hieven. Und Dankeschön, ich übernehme. Wie habe ich ihn verlegt? Er ist natürlich vollflächig geklebt, dass es keine Wellen und so gibt. Das war mir wichtig. Das Podest ist gleich damit eingepackt. Und das Podest, was kann ich dazu sagen? Es gibt natürlich nachher noch eine Stufe. Die fehlt jetzt aktuell noch. Und es gibt natürlich eine Stufenbeleuchtung. Ich mache das immer folgendermaßen mit so einer Stufenbeleuchtung. Man sieht ja oft in anderen Videos, dass sie sagen, ja, wir haben eine echte Kinobeleuchtung. Und dann haben sie oben so ein Aluprofil drauf und dann leuchtet nach oben das Licht raus. Das ist fürs Kino auch ganz, ganz wichtig, dass da keiner hinfällt. Und das muss ja auch an sein und Sicherheitstechnik. Aber im Heimkino, da will ich nicht, dass da was von unten aus dem Boden leuchtet. Das mag ich gar nicht. Also baue ich in Heimkinos, gerade in Dunkelkinos, immer indirekte Beleuchtung. Das heißt, es gibt immer eine Beleuchtung unter der Stufe. Ich baue so einen Versatz rein, so einen Untertritt nennt man das. Und in dem Untertritt kommt ein Aluminiumprofil rein. Und da kommt nachher die LED-Beleuchtung. Der Teppich wird schön rumgeklebt. Der wird ganz sauber unten abgeschnitten. Man sieht nichts von der Beleuchtung, wenn sie aus ist. Und sie leuchtet nur indirekt nach unten weg und beleuchtet die Stufe. Finde ich persönlich viel schöner. Ist auch sicher, fällt auch keiner hin. Und im Heimkino müssen wir ja nicht irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen machen. Meine Art von Stufenbeleuchtung. Die Subwoofer sind eingezogen. Ich habe sie natürlich schon vor drei Wochen gebaut. Aber ihr seht da die Babys hinter mir stehen. Ja, und das sind fette Brocken. Ich zeige euch auch, wie ich sie gebaut habe. Aber ich mache hier keine Bauanleitung für Subwoofer. Weil das ist nicht Thema dieses Videos. Kommt vielleicht irgendwann mal. Aber da findet ihr auch genug auf YouTube. Es haben ja schon so viele Subwoofer gebaut. Ein paar Hinweise dazu. Ich habe einen geschlossenen Subwoofer gebaut. Da ist ein Scanspeak 13 Zoll Chassis nachher eingebaut worden. Das ist das Größte, was Scanspeak anbietet. Und da ich es als geschlossene Version gebaut habe, ist das Allerallerwichtigste die Steifigkeit und die Luftdichtigkeit. Also das komplette Gehäuse darf sich, egal wie viel Druck da drin entsteht, nicht bewegen und irgendwie verformen oder gereißen. Und es muss nachher total luftdicht sein. Also da darf keine Luft rein und raus. Ich habe mich hier für 25 Millimeter MDF-Material entschieden. MDF ist sowieso gut für Boxenbau. Aber 25 Millimeter nimmt kaum jemand. Die meisten nehmen 18 Millimeter oder 20 Millimeter. Ich habe 25 Millimeter genommen. Dass das richtig steif ist. Und in der Mitte kam natürlich auch noch eine Aussteifung rein. Dass da sich wirklich auf der langen Fläche nichts bewegen kann. Das Schöne, wenn man sowas selber baut, man kann die Form selber anpassen. Das Einzige, was man beachten muss, ist das Volumen. Scanspeak hat angegeben knapp 70 Liter. 70 Liter ist so ein älterer Kühlschrank. Die hat noch 70 Liter. Und so habe ich es auch gemacht. Also ich habe es errechnet. Es sind knapp 70 Liter Volumen innen. Und die Form konnte ich natürlich selber bestimmen. Da die da in meinen Ecken sollten, das ist kein idealer Platz. Aber wo sollte ich in dem kleinen Raum hier so eine riesen Sackwufer unterbringen? Ich denke, das wird aber ganz gut in diesen Ecken funktionieren. Sie sind vorne leicht angeschrägt. Ob das Sinn macht oder nicht, kann man sich streiten. Ich habe es einfach so gemacht, weil ich es wollte. Und auch das Chassis ist natürlich luftdicht eingebaut. Nochmal mit einer Dichtung drumherum. Ich habe hinten ein Terminal eingebaut für die Kabelanschlüsse. Auch das ist alles komplett luftdicht eingeklebt. Ja, und so sind die Sackwufer entstanden. Und hier habt ihr mal ein paar Bilder dazu gesehen. Und jetzt stehen sie schon hier. Einige von meinen Wandelementen sind auch fertig oder zumindest einbaubereit. Ich habe sie jetzt mal absichtlich noch nicht montiert. Deswegen seht ihr hinter mir noch die nicht montierten Flächen. Obwohl die Elemente eigentlich fertig sind. Ich wollte einfach, dass ihr mal reinschaut, was ich denn gemacht habe. Also hinter den Verkleidungen sind natürlich Lautsprecher. Da sind Absorber. Das sind bei Weitem noch nicht alle. Hier kommen natürlich noch einige rein. Aber nur, dass ihr das mal seht. Weil später ist davon gar nichts mehr zu sehen. Das ist die letzte Chance, dass ihr das mal sehen könnt, wie das sozusagen hinter den Kulissen aussieht. Ja, und wie geht es weiter? Naja, in den nächsten Tagen, Wochen, werde ich natürlich weiter an den Wandverkleidungen arbeiten. Auf jeden Fall. Ich arbeite mich da von hinten nach vorne, so langsam vor. Dann sind meine Sessel gekommen. Meine niegelnagelneuen Kinosessel sind da. Die werden jetzt natürlich, die müssen jetzt rein. Das ist eigentlich noch ein bisschen früh, aber ist mir egal. Die müssen jetzt hier schon mal Probe stehen. Ich will die einfach mal sehen. Die sind nämlich recht neu. Sie sind von der Firma Cineia. Und das ist ein ganz, ganz neues Modell. Den Namen habe ich natürlich noch nicht drauf, weil er so neu ist. Werdet ihr im nächsten Video sehen. Machen aber einen sehr vielversprechenden Eindruck. Ich hoffe, ich habe mich da nicht vertan, weil ich sie noch nie live gesehen habe. Im Moment sind sie noch komplett verpackt. Aber die ziehen jetzt als nächstes ein. Ja, und dann geht es halt weiter mit der Vorderwand. An der ist natürlich viel Arbeit. Die ganze Maskierungsgeschichte, die obere Maskierung läuft gut. Die untere muss ich noch bauen. Dann wird natürlich alles verkleidet vorne. Das Fenster kriegt natürlich noch Elemente davor. Richtige Schallschutzelemente, die man auf und zu machen kann. Oder Akustikelemente ist das richtige Wort. Hier unten haben wir ja die Fußbodenheizung. Da muss ich natürlich auch eine Öffnungsmöglichkeit schaffen. Und das Ganze soll schön verkleidet werden. Die Ecken werden schräg. Und so weiter. Vorne gibt es noch Absorber zu bauen. Dann ist es noch ein Haufen Mechanik, bis es dann irgendwann zur Elektronik übergeht. Beleuchtung. An der Beleuchtung geht es natürlich auch weiter. Das Erste, was ich machen werde, ich werde mein Putzlicht liebevoll nenne. Das werde ich erst mal bauen. Dazu mache ich ein separates Video. Weil das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, wer sich auch so einen dunklen Raum baut. Ich sehe nämlich oft, helles Licht muss man einbauen, aber ich sehe dann oft, dass man da irgendwelche Lampen einfach so in die Decke einbaut. Und diese Lampen sieht man halt. Und wenn ich einen Film gucke, dann sehe ich da oben die Glühbirnen oder LEDs. Ich sehe sie halt. Das finde ich nicht schön. Deswegen habe ich mich für einen anderen Weg entschieden. Ich habe... Naja, lasst euch überraschen. Ich mache ein extra Video dazu. Es wird LED-Einbauleuchten geben, die man aber, sobald der Raum dunkel ist, man sie kaum noch wahrnimmt. Man sieht sie kaum noch. Aber wenn man sie anschaltet, sind sie schön hell. Ich habe gleiches schon bei uns im Heimkino Avalon gebaut. Und da kommen die sehr gut an, weil die sehen schon ein bisschen futuristisch aus. Sind ganz einfach zu bauen. Wie gesagt, achtet mal drauf. Kommt jetzt nächste, übernächste Woche, werde ich ein separates Video ausgelagert hiervon machen. Da geht es nur um Kinobeleuchtung. Ein Tipp von mir. Ja, also ich habe viel vor. Also bleibt alle gespannt. Wie gesagt, schaut euch die alten Videos auch an. Hier ist Video Nummer 1 nochmal verlinkt. Und ja, dann guckt ihr in die Endcard. Da findet ihr auch schicke Videos. Und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn alles gut geht. Bis dann. Tschüss. Euer Olaf. Das war's. Das war's. Ich habe ein. Untertitelung des ZDF, 2020